ja auch das hier er hat und die Kugeln Brüder umbringen Kugeln kriegen Pennywise 20 21 Team 2 wer die Zeit für YouTube da steht Einfach nur Team 1, äh Team 4 Könnt jemand bitte vier Kugeln nicht einschieben? Und dann mal schauen wo ihr seid Ah, das ist wie beim Überfall aufgebaut, ok Das Casino ist immer so So, ich habe jetzt schon Schüsse Mist Ich bin schon mal raus Wunder Uff herzhaft du wirst nicht doch ich hab da gerade jemand vorbeibuschen sehen Enrico wo bist du? Weiß ich nicht hier tatsächlich den Überblick verloren da bist du ich hab die Kugel verschwenden dann hattest du gerade ein Glück ich war trotzdem verwirrt, ich wusste nicht wo ich bin ich wusste ja gar nicht, dass man da unten auch rein kann ich bin da oben in diesem scheiß Corridor rumgerannt und ich dachte ja jetzt kommt mir einer entgegen und dann hängen die alle da unten drinnen genau wir hängen einer da unten drinnen gegeben sich gegenseitig die Kugel hier unten muss man ja gewinnen zwei zwei ich muss nachher mal dran denken aus dieser einen gruppe raus zu gehen das nervt ja einfach mal rauskriegen ja weil sie gestürzt aber auch nicht ja du hast den schlag jetzt ja aber vorher nicht ich meine ich hatte schon ticken vorher auf der karte gesehen hinter der wand steht der und kennt nur ich habe dich rennen sehen haha ja 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 Dankeschön. Dankeschön. Wenn ich wieder zuhause bin, gehe ich auch aus dem Discord-Dings raus. Discord? Na, hier, von dem, was ihr da gemacht habt, das Projekt. Naja, ich hab's ja schon gekickt. Achso, okay. Hallo. Gut. Der ist eh nicht mehr da, glaube ich, jetzt so weit. Äh. Na, der wurde draus geschnitten. Und dann denk ich, dass er so gut wird draus. Hm. Hast du nicht eh gesagt, dass das Projekt eh schon fast am sterben schon wieder ist? Es ist schon tot, ja. Ja. Ich hab meinen anderen Server den supported und das ist halt easy. Oh, okay. Boah, der will nicht durch die Tier, oder? Was hat's? Was macht er, ich hab' Glück, ey? Ich wollte nicht grad schlagen. Ich hab' es nicht, was? Die schlag' gleichzeitig ist, ich schlag' sie erst, wer stirbt? Ich. Nee, ich hab' die aber eine Kugel reingekommen. ich habe dir und dann habe ich zugeschlagen und trotzdem ist gestorben das problem war auch das kämpfe eigentlich sich selbst und euch alle total verraten hat du hast gesagt ich komme nicht durch die tür die türen können nur in dem büro bereich da oben sein ich bin immer mal wieder nicht durchgekommen der gibt ja ich will gerade gestrickt nach rechts begrenzt durch geht wieder nach rechts und ich mache ich meine nur der casino bereich sehr breit genug da kannst du eigentlich kaum irgendwo hängen bleiben und gesagt dass ich bin natürlich blieben da war mit haben wo du bist ich bin den sie denn hergeschlichen du wolle schleicheren du bei dir muss man noch in und erfolgt spur folgen ist das jetzt machen wir wieder mit aufholen an aus ja weil ich das bescheuert finde es so mit haben kann das aufholen ist das bescheuertste was hier bei den rennen reingemacht haben ich werde tausend auf den schwarzen dämonen auf den spielleiter aus küt game master spieleiter der freundmann der freundlichen hast du schon geguckt okay dann möchte ich nicht weil das ist die zweite staffel ist jetzt auch die weißen streifen des windschatten nein ich kann nämlich reinfahren also ich hatte den kontakt hat er wieder an kontakt ist an ich habe aufholen ausgemacht das ist da wird der erste ausgebremst damit die anderen wieder aufholen können ich finde es total bescheuert wenn die erste bis dann soll es der erste sein ich meine auch mein auto mag gerade nicht ich komme nicht weiter ja jetzt so macht keinen sinn mein auto zig gerade rum der bremst und wird stehen die mächtigen leben lenkt in die wand und den bus auch mal jetzt auch mit der blöden sprüche das gibt mir gerade nicht auf den sack ja ich hab jetzt wieder letzter weißt du negative energie ja es ist halt blöd wenn ich die solche sachen die rennen verlieren sondern sonst noch blöde sprüche reingedrückt bekommt ja aber wir haben auch schon x mal gesagt dass denn ständiges gemütze auch nervt du musst ja nicht mal aufhören dass immer so als wettbewerb zu sehen die zocken hier einfach nur zusammen das ist ja kein problem aber ich bin ein bisschen ehrgeizig ich habe ja nicht damit ein problem dass ihr damit irgendwas aber wie gesagt ich werde unter leitplanken hängen ich falle ich irgendwelche dinge hat durch jetzt für mein auto die ganze zeit nicht da kriegst du noch einspruch nach mann angedrückt das ist das problem und ist auch gerade gewesen so ist es gut hat doch mal ein fehler davon gemacht lieber nicht die tausend würde ich gerne mitnehmen Oberfläche die erbettet wird der drücke mit dem wurde meine gekennzeichnet schätze ich hätte ein er hat sie langsamer das für langsamer ich glaube ich auch gut keine Ahnung äh, den ist er trotzdem ja ja Hm. Hello darkness, my old friend. Oh. Du? Ich komm, du tauchst. Du, du... Henrik? Ja. Wann gibt's denn ein Aus? Wie? Du bist dran 222. Ach, ne? Ich hab jetzt... Hä? maximale verwirrung mal gucken welche zwei jetzt zusammen sind ach du scheiße bis der tod uns schaltet ach zu wenn einer stück stück der andere auf genau ich bin mit dir komm wir können ja tauschen marcus und baby zusammen das passt dann irgendwie mal kurz einmal rüber okay einmal hier zusammen jetzt sterbe ich ja du bist auch ich erschieße ich im zweifel selber ein alles gut junge wie die macht ja wir sollten genau das war weg da weil das ist so gut was ist denn das wie viel leben habt ihr sie hat einfach zugeschlagen sie hat einen schlag gemacht sie ist eine frau die es gewohnt aber sie war schon gewohnt ich dachte auch ich betone aber ich seh ich wieder auf ich dachte okay doch scheiße jetzt pickeln wir hier statistische Züge aber jetzt probier das war so unrealistisch meine lebensbalker ging gar nicht war bei der hälfte mit einstatt zu gut wenn ihr wollt können wir dann gleich wieder open lobby machen wenn ihr da lieber doch was habt was mit deinem kumpel der kommt wohl nicht ne der hat ein privates problem jetzt die tage gehabt ich hab ihm geschrieben nochmal wenn er doch Bock hat kann er kommen wenn nicht dann verstehe ich Trennung wollen wir zu uns hoffentlich mal da stehen die tücke aber wie schnell ich schieb auf seinen kopf das geht auf seinen kopf ich war so tot das sind voll die cheater du rennst aber auch voll in unsere arme käfte ja weil ich habe ich nicht mal gesehen ich war direkt tot ich würde das war lecky das war unfair ich habe auf deinen kopf geschossen du bist nicht gestorben so dann geh mal raus ne würde ich sagen ja jetzt wo der erster bist genau natürlich ganz wichtig das auch nochmal zu betonen du Hela Wiener du bergst ja so nicht ja ok wir können raus definitiv so ich muss auch mal kurz auf Toilette bin gleich wieder da Winkelpause